hallo hallo siastok heute ist neumond wie cool ist das wow neumond neumond im weder heute um 20 21 und wenn du gern an dem neumond ritual teilnehmen möchtest wow ja melde dich dazu ich habe dir hier schon die karten mitgebracht lass uns schauen was wird diese weder neumond für dich mitbringen also es geht um beziehungen wow ja da könnte schon mal richtig sein es geht um die beziehungen es geht auch wirklich um respekt und verbundenheit und es geht auch darum dass man los lässt und befreit also entweder lässt du beziehungen los oder lässt du deine wünsche los ins universum los solche dinge könnten eine rolle spielen was ich jetzt hier sehe also ich sehe das ist dass das ziel fast schon erreicht ist und dass du auf deine träume besonders achtest denn die träume spielen hier wirklich eine rolle acht auf deine träume impulse und eingebungen ja und was ich jetzt hier sehe also du kannst hier schon mal also wie gesagt du kannst hier schon mal dich locker machen also du kannst dich schon mal locker machen und deine muster anschauen also deine muster anschauen es wird übergang hier wirklich wirklich stattfindende übergang und du kannst auch bestimmte dinge loslassen und du kannst auch vergeben und von allen dingen kannst in diese freude und leichtigkeit gehen also in diese freude und leichtigkeit da kannst du dir bewusst werden was du hier vollenden möchtest ja also es geht hier um die vollendung jetzt bei diesem neumond da unterstützt dich wirklich auch der weder dabei ja also ich muss hier aufpassen bevor die karten angucken ja also ich bringe dir hier wirklich diese wundervollen karten mit ja bringe ich dir diese wundervollen karten ja schau mal es geht hier um die heilung also sollen bestimmte dinge heilen und von allen dingen sehe ich hier also es kann sich hier etwas entwickeln also ich sehe jetzt hier die sonne die sonne symbolisiert der wunscherfüllung und es könnte jetzt hier wirklich sein dass da hier diese wunscherfüllung ist es ist etwas irgendwie falsch gelaufen und trotzdem wirst du hier eine lösung finden was mit dem glück einher geht ist er jetzt hier die tiefe tiefe gefühlt und ich sehe jetzt hier auch dass es gar misches und ich sehe jetzt hier dass der universum euch auch zusammen führt dass in der öffentlichkeit es wird hier romantisch weitergehen sie ist die sehnsucht auch da und also man kann hier eine entscheidung treffen in welche richtung man auch geht also es wird eine herausfordernde zeit und trotzdem ist die anziehungskraft da also diesbezüglich diesbezüglich es zeigt sich hier der tor und also man kommt in der stärke kommt in der kraft dass es wird hier eine neue anfang geben also ist hier etwas blockiert aber diese neue mond also es kreisen sich die gedanken über ein brief also entweder wirst du ein brief bekommen von deinem mister lass uns mal schauen wir legen die karten aus ja er lässt seine hüllen fallen ja oder nein lass uns mal schauen ja oder nein so schauen jetzt was die karten sagen das sind diese schöne mondnacht lennomond karten so die mondnacht lennomond karten die mondnacht lennomond karten die mondnacht lennomond karten so hast du 36 garten die tiefe gefühle und der karma ist da schon mal du schaust hier also ich hoffe du siehst das hier kleiner machen kann man nicht mehr kleiner machen ich kann das so ein bisschen besser also sehen kannst wahrnehmen kannst also du schaust hier du hoffst dass es durch diesen neumond etwas in bewegung kommt also dass du in deine kraft kommst und deine gedanken kreisen um den brief also in deinem unterbewusstsein willst du etwas entscheiden die anziehungskraft spürst du das ist hier voller glück das nimmst du jetzt hier auch wirklich wahr dein mister schaut hier wirklich in der blockade er verbietet sich hier ist die weisheit also die erfüllung in der liebe zeigt sich hier und es zeigt sich hier auch wirklich darum also ankommen in der festigkeit in seinem gedanken bist du als treue seele da also was sehe ich jetzt hier bei dir also der schlüssel liegt bei dir dass du deine blockade löst also die hoffnung hast du noch nicht aufgegeben die enttäuschung also in der romantik ist schon da also das ist schon eine herausforderung und ich sehe der universum will dass du offiziell hier einen neuen anfang hast also der universum meint gut mit dir und hier dein mister wird eine schnelle änderung heilung in dieser thema haben und ich sehe jetzt hier also auf jeden fall ist dieses und in seinem unterbewusstsein als es will etwas hier wirklich beginnen also es sollte etwas transformiert werden und von allen dingen geht es hier darum diese neu anfang in sehnsucht in dem verborgenen soll das auf jeden fall stattfindet bei euch zwei das ist doch wunderbar also du kannst mir gerne wirklich keine deine daten auch schreiben dass eure namen und dein wunsch was du bei dem neumond ritual auch wirklich umsetzen möchtest das zeigt sich hier die balance um eine richtig gute beziehung bietet halt und herausforderung zugleich und es zeigt sich auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt also eure seelen sind stets vereint die liebe überwindet raum und zeit und ihr werdet euch nicht vermissen das sagen dir die karten so ich hoffe du hast dich hier wieder gefunden wie cool ist das ich freue mich heute abend auf dem ritual ich sage dankeschön und sei dabei sichert ihr einen platz bis bald bye bye so Untertitelung. BR 2018